Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rainbow Sixage Zur dritten Folge von der siebten Staffel Und damit wünsche ich euch ein frohes Willkommen im Jahre 2018 nochmal Ich weiß nicht wirklich, was er in der letzten Folge gesagt hat Zwei verschiedene Aufnahmen, das ist ja schon Spaß oder Sinn Und tut mir leid, aber da wünsche ich euch nochmal ein frohes neues Jahr schonmal Und wir spielen eine Runde locker heute Wie gesagt, allgemein die Season ist eine Lockerrunde Und in der nächsten Season geht es ab in Rang Also im Februar ist Rangzeit Wo übrigens schon wieder die neuen Operator kommen Im Februar ist es schon wieder soweit die neuen Operator kommen Übrigens bin ich sehr gespannt, weil da stand Ja, wie gesagt, Frankreich und der England kommen Nee, Frankreich und Russland, so Und, ähm, ja Und wir sind Angreifer Natürlich weiß jeder, wen ich nehme Pius Oder? Nee, wir nehmen mal Hibana Hibansa Oder? Nee, Kapital Wir nehmen Kapital Boom, boom Boom, 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 boom Kapital Brr, brr Ihr müsst die Geisel finden Wenn ihr euch jetzt fragt Wo ist denn der liebe Marvin? Ja, wie gesagt Ich nehme das Äh, diese Folge An einem Abend auf Wo allgemein, wo am Tag, ähm Mein Internet neu gemacht worden ist Also wo ich eben mein Internet neu machen musste Besser gesagt Neu einrichten und haben einen neuen Router so bekommen Und neues WLAN, besser gesagt Und, ähm, ja Das haben wir jetzt getan Und das, ähm Ist jetzt zum Glück zu Ende Und wir haben uns gerade irgendwie, glaube ich Frühestens, ich glaube wir haben 0 Uhr Ich weiß es aber auch nicht Nicht ehrlich bin Wir need you, Thermite Und, ähm Ja Das kann eben halt dann Toll Und, ähm, Thermite Can you open here? I can't open because it's a Electralized Oh That is not good Und, ähm, I'm running Wait You can Open 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 Here Watch out, I'm opening Yeah, yeah, yeah Go, go, go One upside You can Take the hostage Go, go, go Or not Sorry All good, all good You still won Naja, yeah, yeah Naja, bin ich eben halt jetzt mal reingerangen Wo ist das? Freizeitpark Geil, äh, wie gesagt Ich hab vergessen, wieder das einzustellen Geht das immer noch I'm a glitcher What? Sorry I don't say anything Die Gegner haben die Geisel entdeckt Die Gegner haben die Geisel entdeckt Setze ein Nitro-Handy ein Feinde gesichtet Feinde in Sichtweite Das ist das Klappchen Geht Geht gut zu wissen dass das klappt kreis 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 Quoi, ah, ah, ah. wie gesagt ich habe gar keinen mann und ich brauche auch keinen mann weil was bringt mir einen mann wenn ein neuer operator wieder kommt und mir das doch überhaupt nichts erstmal das abzuschicken man kann dadurch so 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 Vielen Dank. Toll. 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 Nice, good job, good job Oh, schade Ich sag nur Geil, Hammer, Geil Ich sag Geil, Hammer, Geil Ein Hammer, Geil TTT plus Hashtag TTT Mann, geht das jetzt mal los Hallo, YouTube Mann Mann Und warum sollte man einen 90-Tages-Boost sich holen Guck mal, das hat sich jemand geholt, aber ich find's echt hässlich Das ist geil und IQ ist auch noch geil Der Rest eigentlich auch Uniform in Orange oder was Kann mir holen, aber ich hör mir keine Elite mehr von ihm Tarnung ist vielleicht geil, aber ansonsten Mag ich ihn nicht Ich mag schon Jäger, ne, aber Ghost hat Elite und Warum soll ich die Elite dann auch haben? Wenn du verstehst, was ich meine Einer im Klaren das zu haben Also wenn einer im Klaren das hat, reicht doch, finde ich Oder? Oder nicht? Oder doch Oder doch Oder doch Oder doch Glücksspein Juhuuu Glücksspeinchen NAM 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 Komm schon, Hashtag, komm schon, Hashtag, komm 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 schon, Kaka, komm komm komm, komm schon. Die schätze Wartezeit stimmt ja noch nicht mal. Außer jetzt vielleicht. Nee, stimmt immer noch nicht. Und er stimmt schon wieder nicht. Und dabei kann man was anderes ansprechen. Okay, wir finden keine mehr. Gehen wir da rein. Okay, realistisch. Wenn schon, denn schon, ne? Gut. Boah. Schoriko. Warum findet der Terroristenjagd nicht? Ehm... Toll! Da ist die Folge vorbei... Ach geil, ist auch schön... Töte wissen, dass das geht, ne? Eko, erzähle uns mal einen Witz! Alles klar, funktioniert mal wieder nicht... Woher weißt du, dass du ein Technik-Nerd bist? Deine Töchter heißen Siri, Alexa und Cortana. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. Oh mein Gott! Eko, erzähle uns noch einen Witz! Erzähle uns noch einen Witz! Ruhig bleiben, was auch immer passieren mag! Alles klar! Er ruhig dich, Alter! Aua! Hilfe! 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 Thank you! Nein! 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 Och, Mann! Eko, erzähle uns einen Witz! Ja, ich höre! Hallo! Eko! Ja, ich höre! Hallo! Eko! Eko! Erzähle einen Witz! Was ist mit der Typ... Was ist mit dieser Kuh los? Eko! Wie geht's? Hallo! Eko! Eko! Erzähle uns einen Witz! Eko! Erzähle einen Witz! Eko! Wie lange ihn braucht? Warum sind Gespräche mit Socken langweilig? Weil sie einfach gestrickt sind. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. Eko! Spielepop Music! Hier ist ein passender Radiosender. 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 Ich stelle mein Spiel wieder lauter, ne? Das kriegt er ja wohl hin. Und, ähm, ja, ich möchte keinen damit, äh, zu zwingen. Und, ähm, ja, ich möchte keinen damit, ähm, ja, ich möchte keinen damit, ähm, ja. Ah, ich weiß, wo die sind. Die sind im Keller, mein Kollege. Drei Feinde sind übrig. Müssen wir die jetzt ernsthaft suchen? Äh, ich kann vielleicht ahnen, wo die sind. Ja, aber, hab ich mir gedacht. Mit 100 Tapie. Gut, ist auf normal. Ist jetzt nicht besonders schwer. Tja, finde ich zumindest. Sony 356. Sony 356. Nicht Sony, Sony. Anfrage versendet. Ähm, ich würde mich damit für heute abschieben. Verabschieden, verabschieden, nicht abschieben, abscheiden, Alter, abschneiden. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch wenn wir nur zwei Runden locker hatten oder so. Und versucht haben, die ganze Zeit irgendjemanden zu joinen. Und, ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. In der, ja, vierten Folge. Und, ähm, viel Glück noch.